Blö, verstanden. Blö, blö, blö. Jo, da sind wir mit Brille beide. Ich habe Brille an. Ja, wollte ich sagen. Manchmal ist es keine Brille. Ja, aber in Momentan blüht hier irgendwas, was mich heuschnupfig macht und ich deswegen etwas quillige Augen habe. Und ich habe ein Ringlicht. Jetzt wurde letzte Woche, wurdest du aufgefordert, ein Ringlicht zu kaufen, lieber Uwe. Ich weiß, ich muss es, ich mache es auch, ich verspreche es, aber guck mal, es lohnt sich nicht. Mein Gesicht ist, guck mal hier, alles Laserdinger weggeflext, mit Creme jetzt drauf vom Hautarzt. Aber ist doch fantastisch. Boah, der Hundebiss verheilt hier. Was die technische Entwicklung alles so hat. Die Hooligans kommen jetzt mit Lasern und foltern dich damit. Und dann kommen sie mit ihren Kampfhunden an und lassen dir nur, ist nur in die Hand gebissen worden oder ist auch noch mehr ab? Da pippelt man auch, aber vor allen Dingen die Hand. Aber ich habe dazwischen durchgedacht, ich muss ins Krankenhaus, die Entzündungen gingen richtig rund. Also ich sage mal, ohne hier Amoxilin-Antibiotika wäre die Sache bitter geworden. Tetanus? Tetanusspritzer habe ich auch gekriegt. Ich habe meiner Frau das Bild gezeigt, hat sich gesagt, der lässt sich doch nicht spritzen. Sag ihm, der soll Tetanuss spritzen. Das macht er doch nicht. Der ist doch Boxer. Doch, das habe ich gemacht. Da bin ich auch Schisser hoch fünf. Aber man kann zumindest nicht sagen, was man von mir ja nicht sagen kann mit meiner geschwollenen Art. Eitel bist du nicht. Muss man echt sagen. Nee, und früher wäre ich hinüber gewesen. Da wärst du dran voll gestorben, an dem Scheiß. Da musst du mal überlegen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Hier, guck mal, mein, habe ich geschenkt gekriegt? Paranoid statt Paramount. Das ist von Banksy. Nein. Das stört. Entworfen natürlich nur, aber. Ich wollte sagen, ist ein Original. Nee, das wär gut. Aber, äh, nein, aber hier der Witz war, gerade jetzt, wo ich es hier gelesen habe, hier ist übrigens mein Mikrofon perfekt aufgestellt, damit der Ton wenigstens besser ist, aber. Wird besser, ja. Ist besserer Ton. Ähm, ist, dass Paramount, jetzt Paramount Plus sucht einen Fusionspartner. Also das heißt, Paramount Plus werden wir nicht mehr so lange haben. Äh, die wollen. Das wäre doch Boll Films eigentlich genau der richtige Partner, oder? Nee, ich glaube, die denken eher an Netflix oder Amazon. Oder Amazon. Die wollen geschluckt werden von einem der Großen. Und, äh, die haben natürlich gutes Produkt, ja. Und viele, äh, historisch wichtige Filme von Apocalypse Now bis der Pate. Das ist schon durchaus interessant, glaube ich, Paramount Plus quasi zu fusionieren für die vielleicht in, Universal hat ja auch einen Screening Service, der heißt Peacock. Der läuft nur in Deutschland kaum, weil er nur über Sky, glaube ich, ausgewertet wird. Aber da sind schon durchaus Berührungspunkte, vielleicht mit Peacock oder Apple, Disney Plus. Apple hat ja sehr wenig Produkt, vielleicht. Aber gestern Abend habe ich mir gedacht, nachdem ich wirklich, mittlerweile bin ich gelangweilt von der EM und wollte mir Portugal gegen Slowenien nicht anschauen, weil ich schon dachte, das geht so aus, wie es dann ausgegangen ist. und habe mir bei Apple die neue Serie mit Jake Gyllenhaal aus Mangel an Beweisen angeschaut und das ist so, wie ich es liebe. So eine fast schon Art Gerichtsfilm, also Serie. Schön auserzählt spielt er einen Staatsanwalt, der in die Bredouille kommt wegen einer sexuellen Affäre mit einem Mordopfer und es ist wirklich schön auserzählt. Du kannst dir vorstellen, wie der Film war in den 90ern, es ist eine Erzählweise aus den 90ern, es ist sehr schöne Kamera, sehr schöne Bilder, sehr große Spielart und schön auserzählt die Charaktere. Ich habe also drei Folgen hintereinander unter Protest dann eingestellt, weil ich einfach zu müde war und es hier dunkel war. Wenn es hier dunkel ist im Sommer, dann ist es spät. Es ist fast zwölf. Also hier bleibt es ewig lang hell. Und kann ich sehr empfehlen. Also aus Mangel an Beweisen, Jake Gyllenhaal in einer fantastischen Rolle bei Apple TV. Aber das hat ja auch kaum einer. Stimmt, ich habe es aber und ich werde es mir dann angucken, weil ich liebe sowas auch. Ich finde ja auch zum Beispiel bei Netflix The Lincoln Lawyer gut. Die Serie finde ich auch gut. Ich gucke da gerade zwei Sachen bei Netflix. The Three-Body-Problem, um was zu finden, was den Nassau und ich zusammen gucken. Das ist ja dieses Ding von den Game of Thrones, Heinis, die da 300 Millionen mal für eine Staffel jetzt gekriegt haben. Und ich finde es, ich dachte, es ist der letzte Scheiß. Und so richtig toll ist es auch nicht. Aber es hat was mit der aktuellen politischen Situation zu tun. Weil es so ein bisschen, es fängt in den 60ern in China an und man hat dann eine Situation jetzt, wo kriegen, alle kriegen so einen Helm zugeschickt, irgendwelche Leute, die ziehen ihn auf und spielen so ein visuelles Videogame. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass die Chinesen quasi irgendwann die Mind-Control-Waffe quasi einsetzen wollen. Also dass Kriege nicht mehr normal geführt werden, sondern du musst ja nur die entscheidenden Leute ausschalten. Und die sind sozusagen in der, in der, gehen in die westliche Zivilisation quasi rein, nach dem Motto, die machen die quasi süchtig nach so einem Game und dann kriegen die wie so einen Countdown und die Leute müssen entweder ihre Arbeiten komplett einstellen, die sie machen beruflich, also Cyber Security, wie auch immer, oder bringen sich um. Und das ist, das hört sich jetzt als so totaler Quatsch an. Ja, allerdings. Aber es ist, aber es ist nicht ganz schlecht, wenn du es guckst. Aber besser finde ich mit Benedikt Kumberbach, Ben, Kumberbatch, Kumberbatch, Benedikt Kumberbatch, Benedikt Kumberbatch. Ja, das ist so ein Ding, der spielt auch in den 70er, 80er Jahren in New York, wo er ist so ein Puppetier, Puppetier wie bei den Muppets und irgendwann ist sein Sohn weg. Er kriegt immer Streit mit seinem Sohn, der Sohn sollte zur Grundschule gehen und wird dann entführt und ist weg und seine ganze Welt bricht dann vollkommen auseinander und es ist auch so ein Krimi eben. Also ist es ein Mord oder was? Und du denkst auch, ich bin jetzt nicht durch mit der Serie, aber du denkst irgendwie, vielleicht hat er den auch umgebracht, die Frau mit ihm hat, also seine Ehefrau Riesenprobleme und so weiter. Es ist so total abgefuckte Krimi-Nummer, 70er, 80er Jahre, New York, sieht gut aus, finde ich interessant. Also interessant und der Typ ist natürlich auch ein wirklich super Schauspieler. Man guckt bestimmten Leuten gerne zu. Ja, so jetzt zum Fußball. Also ich habe gestern Abend dann, als die Verlängerung anfing, habe ich ausgeschaltet, ausgeschaltet, weil ich konnte auch nicht mehr. Ich war zu müde und habe mir gedacht, komm, da gucke ich morgens früh, wenn ich aufstehe, die Zusammenfassung und so war es dann auch. Es ging bis zum Elfmeterschießen, sonst hätte ich erst nach Mitternacht geschlafen, zum Glück. Ronaldo kriegt ja, hat nach 35, der hat 35 Freistöße geschossen bisher in diesem Turnier und keiner hat gesessen und dann sein erster Elfmeter auch verschossen. Und ich denke, die Portugiesen ist der Riesenunterschied zu Spanien. Die Portugiesen spielen auch sehr gut. Bernardo Silva und so, haben super Leute, aber sie machen nichts draus. Sie sind irgendwo glücklos, ähnlich wie die Franzosen auch. Die haben sich gestern so durchlaviert gegen Belgien, hätten auch beinahe verloren. Spanien ist überragend und wird bei dieser EM ungeschlagen Europameister werden. Es ist ein Riesenklassenunterschied meines Erachtens zwischen Spanien und allen anderen Mannschaften, was natürlich jetzt tödlich für Deutschland ist. Aber ich glaube, Deutschland kann Spanien nicht schlagen. Es sei denn, sie spielen so wie gegen Argentinien damals, wo sie Weltmeister geworden sind und wachsen alle komplett über sich hinaus und attackieren die Spanier im eigenen Strafraum. Wenn die Spanier quasi das Spiel kontrollieren lässt, ist es vorbei. Sehe ich ganz genauso. Deswegen musst du wir haben ja eine ganz neue Fußballersprache. Heute musst du ja hochpressen, nicht mehr angreifen, sondern hochpressen und die nicht zwischen die Linien kommen lassen. Und das kommt jetzt sehr, sehr stark auf unseren Herrn Groß, ob er jetzt mal auch in die Form kommt, die man ihm bei Real Madrid unterstellt. Er hat ja bisher noch nichts so im Abwehrbereich gezeigt. Der muss verhindern, dass der Ball auf die beiden außen kommt. Der Williams, mit dem spanischen Namen Williams und der Jamal sind beide, sagen wir mal, wenn sie gegen Mittelstädt und Kimmich spielen, ich würde sagen, schneller. Und da die auch mit dem Ball tatsächlich besser zurechtkommen, was die Technik angeht, mit Kombination hohe Geschwindigkeit, müssen wir dann auch noch gucken, dass in der Mitte der Morata eingehegt wird von Rüdiger. Das traue ich dem noch am ehesten zu. Genau, glaube ich ja. Das wird schon gehen, aber wir sollten sie nicht ins Laufen kommen lassen, sondern wir sollen sie selber stressen, weil sie selber hinten in der Abwehr gar nicht sattelfest sind. So, das ist die Frage. Also ich sehe das nicht so ausgemacht, denn die Spanier haben bisher auch noch nicht gegen einen einzigen Gegner gespielt, das darfst du auch nicht vergessen. Die haben noch nicht zeigen müssen, wie sie unter Druck reagieren. Doch, die waren 1-0 winnen. Im Achtelfinale. Ja, gegen Georgien. Ja gut, aber du musst erst mal 1-0 aufholen. Du hast ja gestern Portugal gesehen oder so, die schaffen es einfach gar nicht, dann 1-0 zu machen gegen die Slowenen. Ja, und da ist immer eine Hauptkritik bei diesem Fußball, der kommt sich immer weiter, die sind sich immer sehr ähnlicher, die Mannschaften, die spielen immer ähnlicher, gerade die Franzosen und die Belgier. Die Italiener haben gar nicht mehr trainiert, wie ich jetzt gehört habe vom Trainer. Sie haben, ja, nee, das ist ein Nachteil dieser Binnenliga. Italiener haben ja ganz wenig Außenkontakt, die bleiben ja sehr unter sich und es ist wie so ein Dorf, das nur gegenseitig die Frauen und die Männer austauscht. Irgendwann hast du ein paar Bekloppte drunter und die sind sehr früh Meister geworden Inter Mailand und das ist die Säule der italienischen Nationalmannschaft und der hat vorgestern gesagt, die haben seit dem 29. Spieltag nicht mehr richtig trainiert, weil sie Meister waren und sich nicht mehr fokussiert auf dieses Ereignis und das konnte man den Italienern ansehen. Die Franzosen sind ehrlich gesagt auch über dem Zenit. Habe ich so ein bisschen den Eindruck, ich weiß gar nicht warum, weil der Mbappé ist 25. Aber das ist alles irgendwie, haben die sich zu Tode verdient oder zu Tode, aber das ist keine mutige Spielweise und schon gar nicht das Können der Mannschaft abrufen. Ganz schlimm dabei die Engländer, also die sind richtig ärgerlich, ein ärgerlicher Fußballklub. Wenn ich den Kane sehe, du überleg dir jetzt mal, jetzt gut, okay, jetzt nochmal, ich habe ja 30 Jahre bei Bayern München gewohnt, in deren Stadt gearbeitet, direkt am Trainingsgelände, habe diese ganzen Pissnetten immer jeden Tag gesehen. Ich mag diese komische Vereinigung nicht so sehr, aber wenn du dir siehst, was für Fehlinvestitionen der FC Bayern in den letzten zwei Jahren in Trainer, Nagelsmann, Tuchel und jetzt den Neuen und in alleine Harry Kane und gerne 25 Millionen Jahresgehalt für drei Jahre und 100 Millionen Ablöse. Wenn der geht, der hat 35 Tore geschossen und keinen Titel gewonnen, nichts. Der steht da rum wie Falschgeld, du guckst den an und denkst, aber hast du Übergewicht oder wieso bist du so langsam? Wieso bist du so unbeweglich? Der ist jetzt 31 Jahre alt, wenn der Bayern München verlasst, ist der 33, da kriegen die in Saudi-Arabien, dann ist der ja ablösefrei, vorher zahlt kein Mensch einen Pfennig Ablöse für Bayern München, die haben 65 Millionen ausgegeben für Trainer ohne jede Gegenleistung, die haben von Nagelsmann nichts gekriegt, sie haben von Tuchel nichts gekriegt und sie haben von Company noch nichts gekriegt, da mussten sie auch eine Ablöse zahlen und jetzt 65 Millionen und die 175 Millionen gering geschätzt von Harry Kane sind weit über 200 Millionen ohne Titel ohne Gegenleistung, ohne irgendetwas außer Skandal-Nudelei, das ist so unfassbar. Aber ohne Harry Kane wären sie noch nicht mal mehr in der Champions League Qualifikation. Das ist eine Legende, sie haben ja nach Lewandowski unter Nagelsmann auch 92 Tore geschossen, das ist ja nicht so, als wäre das ohne Stürmer nicht gegangen, das ist ja ein Spielsystem, also Harry Kane allein, auf den musst du dich unglaublich einstellen, das tut die englische Mannschaft jetzt nicht, der steht wirklich darum, wie so eine Leiter, die sich verirrt hat auf dieses Spielfeld, keinerlei Bewegung, dieses englische Spiel war das schlechteste Art Fußball zu spielen, wie man es überhaupt nur kann, wie früher die Italiener zu Catenaccio Zeiten, wie früher Deutschland 82 bei der WM da in die Schande von Giron, so spielen England immer und da kommt auch nichts mehr, die gehen jetzt ja, aber dann kommt eben ein unglaublicher Fallrückzieher oder plötzlich vom Bälle übrigens auch, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, ich auch, ich sage zu meiner Frau, ich dachte, Scheiße, die Italiener haben acht Minuten Nachspielzeit gegen Kroatien bekommen, ja, wieso kriegen die großen Mannschaften, kann ich dir sagen, das ist keine Verschwörungstheorie, die UEFA hat überhaupt kein Interesse daran, dass Slowenien, Slowakei, Georgien, dass diese Piss-Mannschaften alle weiterkommen, die haben nur Interesse daran, dass immer Frankreich gegen Belgien, Italien gegen England, Deutschland gegen Spanien spielt, das wollen die haben, sie ist untereinander und deswegen, das ist ja eine Entscheidung von einem höchstrichterlichen, schiedsrichterlichen Amt, der sitzt immer im Stadion, das ist der Herr Rossi aus Italien und die legen dann die Nachspielzeiten fest, hat vor dem Turnier gesagt, möglichst gering halten die Nachspielzeiten, weil es katastrophal ist, wenn es in die 105. Minute geht in der regulären Spielzeit. Ja, aber das haben wir übrigens oft bei Champions League noch schlimmer, wir hatten ja oft 10 Minuten Nachspielzeit, 9 Minuten Nachspielzeit, jetzt sind wir meistens bei 4 oder 5 Minuten Nachspielzeit. Mir geht an diesem Fußball gerade alles auf den Sack, diese totale Verriegelung, dieses Perfektionsstreben durch diese Technik jetzt, diese armen Dänen sind so gefickt worden, in dem normalen Spiel, ohne VAR, wäre gar nichts davon abgefiffen worden, überhaupt nichts. Nee, aber dann hätte trotzdem hier unser, der Schlotterbeck, das Tor hätte gezählt. Wir kriegen, wir kriegen, ja natürlich, wir leben in einer Welt, wir leben in einer Welt, ja, aber der Fußballsport, der stirbt unter dieser Technisierung, ja, weil diese Regeln ständig anders ausgelegt werden, ständig musst du irgendwas Neues lernen als Mensch, als Fan, du willst da nur gut unterhalten werden und das ist keine gute Unterhaltung mehr und du lebst in einer Welt, wo alles durchreguliert ist und nichts mehr geht, wie wir in einem Korsett sind und dann siehst du vor ein paar Tagen Donald Trump und Joe Biden, die sich um das höchste Amt in der Welt bemühen und einer von den beiden wird Präsident, aber im Fußball wird eine Zentimeter Entscheidung getroffen. Das kriegen die Menschen nicht mehr zusammen. Was ganz offensichtlich Verrücktes, Irres, der Abgesang einer westlichen Nation für immer, das ist der Abgesang für immer, wenn einer von denen Präsident wird, ist es vorbei mit Amerika. Es ist sowieso längst vorbei. Gut, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ganz kurz noch, der Fußball macht mich wahnsinnig. Ja, pass auf, da wollte ich nämlich, ich gebe dir 100% recht da, weil, die Sache ist ja die, du kannst dich ja gar nicht mehr freuen als Fan. Sobald du jubelst, weißt du, ach, jetzt kommt der Goalcheck und da war einer mit einem Fingernagel, war doch länger und hat das abseits ausgelöst, wie auch immer. Und das, das sehe ich genauso wie du, das macht natürlich diese direkte Freude am Spiel total kaputt, weil du quasi mittlerweile, muss man ganz klar sagen, bei 50% der Tore, kommt dann nach, nach, ja, kommt dann drei Minuten Totenstille, wo einer am Knopf hängt und Goalcheck und dann noch Checkover und dies und jenes und du bist sozusagen, wie so eine Achterbahnfahrt, vollkommen von der Rolle. Und gleichzeitig sind eindeutige Abseitspositionen, die jeder mit dem bloßen Auge sieht, die werden weitergelaufen gelassen, weil man erst die Spielszene zu Ende spielen will. Teilweise 30 Sekunden. Auch totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Das war also wirklich der totale Irrsinn. Ich habe übrigens, ich gucke immer morgens auch Zusammenfassung Copa, wo ja jetzt in der Vorrunde auch USA und, also das ist ja quasi die Europameisterschaft von USA, Kanada und Südamerika. So und da sind die Amis ja ausgeschieden jetzt, Sank und Klang in der Vorrunde, also die Weltmeisterschaft auszurichten und Kanada auch. Und der Kleens war wieder Trainer oder was? Was? Der Kleens war wieder Trainer. Ne, ne, der ist ja schon länger Trainer, die haben auf jeden Fall kein Bein auf die Erde gekriegt, das ist natürlich ganz schlecht für die jetzt, wenn in der Copa quasi, obwohl, die Gruppen bei der WM könnten ja schlechter sein, als die Gruppen jetzt in der Copa. Weil du musst dir überlegen, du hast jetzt hier Kanada und USA und sonst hast du nur Lateinamerikaner, die aber alle natürlich Fußball spielen können. Die haben gegen Uruguay 1-0 verloren, da hat der Suarez noch mitgespielt. Das sind ja alles Mannschaften aus Südamerika, die können ja alle Fußball spielen. Das ist also, du wirst jetzt von Peru über Kolumbien und so, total blind sind die alle nicht, die spielen fast alle in Europa. Aber da war das auch mit stundenlangen VR-Unterbrechungen Unterbrechungen und so weiter. Aber Argentinien und Brasilien sind die stärksten Mannschaften jetzt auch in dieser Copa. Naja. Und jetzt können wir ja, jetzt schwenken wir da rüber zu Trump-Biden, wie auch immer. Und ja, ich glaube, da sind wir beide quasi, wir haben ja beide einen Op-Ad geschrieben, du hast so ein Riesending über den AfD, du hast dir das angetan, hast dir das angeguckt. Mach ich immer, mach ich immer. Ich will nicht nur mit den Verstellungen arbeiten, sondern ich will wissen, dass meine Klischees alle stimmen. Es ist wirklich, also ich, nochmal zur Erklärung, man kann bei somunschu.de meine Kolumne lesen, jede Woche schreibe ich da was und diesmal war die AfD dran. Die AfD hatte ihren Parteitag in Essen und ich habe zum dritten Mal nacheinander, also alle zwei Jahre sind ja diese Parteitage, mir sechs Stunden am Stück diesen Wahlparteitag angeschaut und war auf der einen Seite überrascht davon, dass es nicht so eine chaotische Scheißveranstaltung war wie sonst immer, wo nur diese Leute sich untereinander bekriegt haben. Diesmal war totale Disziplin drin, aber es war noch schlimmer, weil diese eiserne Kälte von Leuten, die nichts wollen, außer ihre Frustration loswerden, dieses Lügengebilde, was bei Parteien auch zivilisierter Art, SPD oder CDU, ja genauso ist, weil es gibt ja diesen Dreiklang Freund, Feind, Parteifreund, sagt man ja immer so schön, also wirklich dieses unehrliche Untereinander, Umgehen miteinander, das ist eine Katastrophe, aber das wird bei der AfD wie immer alles auf die Spitze getrieben. Die machen sich gegenseitig Komplimente und würden sich am liebsten ins Gesicht schießen, dass die eigene Mutter ihn nicht mehr erkennt. Da ist nur, überall ist Hass, überall ist Boshaftigkeit, überall ist Herabwürdigung des politischen Gegners. In diesen sechs Stunden der AfD wurde nie, keine Sekunde über Politik geredet. Es wurde nur Häme ausgeschuttet über den politischen Gegner, es wurde nur Hass gesät und Lügen verbreitet. Es waren selbst, habe ich ja geschrieben, der Kai Gottschalk, ehemaliger Sozialdemokraten, gemäßigter Mann, den ich gut vom Deutschlandfunk kenne, weil er da noch Interviews gibt, die du dir auch anhören kannst. Der feigste und schrie und war hysterisiert, weil er genau wusste, er ist ein Mann aus den Gründungsjahren, der gehört gar nicht mehr in diese rechtsradikale Vereinigung, aber er will unbedingt da im Vorstand sein, also tat er so, als wäre er eigentlich ein Massenhinrichter. So, da war, diese Leute, wie Stefan Brandner, die stehen in Erschießungskommandos und geben dem Befehle. Das sage ich ganz ehrlich, wenn das jemand hört, ist mir scheißegal, dann ziehe ich mich halt vor Gericht. Das sind Täter, das sind Menschenverachter und das sind Nationalisten der schlimmsten Provenienz. Der Brandner meinst du, der Mediensprecher, der Mediensprecher. Die gefährlichste Partei seit der NSDAP. Die müssen wir mit allem, was wir haben, bekämpfen. Ja, nur leider. Was mich auch aufgeregt hat, das lief ja live bei Phoenix, das ist ja sehr ehrenhaft. Nur die Art und Weise, wie die Journalisten damit umgehen, das ist ja heutzutage immer so, dass der ausstrahlende Sender nimmt sich dann immer aus den Presseorganen rundherum, Spiegel, FAZ, Zeit, da stehen dann die Journalisten drumherum und keiner benennt, was sie gesehen haben, sondern sie reden allgemein darüber, als wäre diese Partei ernst zu nehmen im Sinne politischer Planung. Die reden keine Sekunde über irgendetwas, was sie politisch vorhaben und keiner der Journalisten benennt, dass das so ist. Das ist ein riesengroßer Skandal, aber es beschäftigt sich keiner mehr damit, weil eben Trump die Bühne bereitet hat. Der hat 350 Lügen verbreitet in dieser Stunde mit beiden. Ja, der hat kein, nichts, gar nichts, der hat nicht mal guten Tag stimmte. Ja, sondern wenn der den Mund aufmacht, sagt der irgendwas. Und das ist einigermaßen unterhaltsam. Der hat Dinge gesagt, die waren so hanebüchen und die Moderatoren haben nicht widersprochen. Und das ist eben diese Art, dass man die Leute stellt und sagt, Leute, redet ihr denn auch mal über das, was ihr machen wollt? Anstatt immer nur die anderen zu verunglimpfen, zu beleidigen und herabzuwürdigen? Ja, Moment, der Trump sagt ja, was er macht. Das ist ja nicht so, also da muss ich sagen, da hat der Trump sehr viel voraus, der AfD. Die AfD sagt ja, ich habe das ja gelesen, was du geschrieben hast und ich stimme mit dir in dieser Analyse, wie die sind, 100 Prozent überein. Ich glaube, das auch. Es geht denen am Schluss darum, ihren inneren Zorn und Zufriedenheit in eine Position umzuwandeln, wo sie sich, genauso wie alle anderen Parteien übrigens ja auch, wissen wir ja selber, da haben wir ja auch stundenlang und Stunden drüber geredet, wie die sich die Posten zuschanzen in den anderen Parteien auch und sich eigentlich nur freuen, wenn sie dann am Tropf hängen und eine Position haben von der Leyen und Co. So, ich glaube aber, dass die Wähler der AfD, zum Beispiel viele, wollen wirklich einfach diese politische Veränderung, die die AfD ja verspricht. In der Analyse ist ja die AfD oft sehr gut, wie du hast ja auch geschrieben. In der Analyse, was die Ampel falsch macht, was wir in Deutschland falsch machen, was wir in der Regierung falsch machen, treffen die den Nagel auf den Kopf und spiegeln ja damit auch die Bevölkerung wieder. So wie ich in meinem Op-Ed geschrieben habe. Aber das kann eben nicht sein, dass wir so weitermachen wie vorher. Ich muss ja nur vor die Tür gehen, dann weiß ich, ich brauche keine Analyse, die AfD, sondern die AfD nennt sich ja A, Alternative und die haben kein Gramm Alternative, nichts. Sie wollen nur, sie wollen nur schlechte Laune verbreiten, rummotzen und sie wollen in die Positionen, in die sie nicht gewappnet sind, weil sie haben nichts vor. Der Habeck ist ja daran gescheitert, dass er das falsch gemacht hat, was er vorhat. Aber die haben ja eine progressive Partei, die haben ja Programme vorgelegt, die haben ja was ändern wollen und dieses verkackte Land von konservativen, veralteten Strukturen und wir Bürger sind ja auch ein Problem. Es ist ja nicht so, dass unsere Politiker alle nur doof sind und wir Bürger sind die Tollsten. Nee, wir wollen ja nichts mitmachen. Wir haben ja vor allem Angst. Das ist auch ein Riesenproblem. Aber die AfD, die sind gefährlich, weil die werden alles, was wir an Errungenschaften haben und das ist Freiheit. Freiheit. Das ist Freiheit. Das ist eine darwinistische Partei. Die predigen den Contest of the fittest. Die wanzen sich nur an die Reichen dran. Und die haben diesem Land fast den Stecker gezogen. Wir haben keinerlei Instrumente mehr, das Geld einzutreiben und das Geld, das da ist, wird mit dem Jaucheschuber verteilt. Es gibt überhaupt keine rote Linienstruktur. Das habe ich bei Angela Merkel immer gesagt. Wofür steht die Frau? Was will die überhaupt? Was hat sie für eine Zukunftsperspektive? Wo ist die rote Linie? Die haben wir jetzt gar nicht mehr. Ja, aber das ist nicht die AfD schuld. Alles zu kritisieren. Das ist doch nicht die AfD schuld. Nein, die AfD ist das überhaupt nicht schuld. Aber die AfD will an die Regierung und hat gar nichts. Das sind absolut leere Hosen. Die sind tot. Tot. Das ist eine tote Partei. Ich glaube auch, dass die AfD im Bereich Wirtschaftspolitik, EU-Politik etc. auf dem vollkommenen Holzweg ist. Ich glaube nur, dass die AfD, und deshalb habe ich ja meinen Op-Ad geschrieben, wegen den USA und wo wir in welche Richtung wir gehen, dass ich glaube, dass wir es selber schuld sind, was da passiert. Und wenn wir zu Trump und Biden kommen, deshalb habe ich ja auch gesagt, wenn die Demokraten den Kandidaten nicht ändern, dann geht es hier nicht um die Erhaltung der Demokratie. Weil wenn du als Demokrat in Amerika, als demokratische Partei, glaubst, dass wenn Trump kommt, kommt die Diktatur und der Faschismus und die Demokratie ist weg, dann kannst du nicht allen Ernstes Parteisoldat bleiben, so wie üblich in Deutschland ja auch, und nur irgendwelche Leute unterstützen, siehe auch die Kanzlerkandidaten in Deutschland, wie Scholz und Laschet, zwei Traumtänzer gegeneinander, weil am Schluss diese Parteibuckelnummer und sozusagen diese Spinnennetze, die die da aufbauen, entscheidet, wer wird Kandidat. Obwohl alle sehen, die sind es alle nicht. Die haben es nicht drauf. Und das ist ja das große Problem. Und deshalb wird meines Erachtens der Trump gewählt und dann auch zu Recht, weil die es eben nicht begriffen haben. Denn du musst es doch jetzt begreifen, dass es keinen Zweck macht mit Biden und den jetzt rausnehmen und durch irgendjemanden ersetzen, der einfach 50 Jahre alt ist. So, und das ist sozusagen, und der einigermaßen reden kann, dann wäre doch Trump doch genau, ach, da ist dein Bild weg. Jetzt bin ich wieder da. Ja, dann wäre doch der Trump, den kann man doch genau, wie du auch sagst, du kannst doch nicht von dem Biden erwarten, dass der den Trump rhetorisch in den nächsten Fernsehduellen im September sozusagen an die Wand nagelt. Wenn du jetzt einen hättest, irgendeinen, der was rhetorisch drauf hat, der hätte doch genau das mit den Lügen gesagt. Der hätte doch genau da, nicht drei Minuten später, weil der Biden, der war dann immer am Prozess und so, und dann so, ach ja, du hast doch gelogen. So, weil er total eben zu alt jetzt ist. Du musst da jemanden haben, der sofort sagt, halt die Fresse, Donald. Das stimmt nicht. Hier sind die Zahlen. Bing, bong, bing. Du musst den Trump auf dem eigenen Schlachtfeld schlagen. Das hat der Biden ja gemacht bei seinem Golf-Handicap. Ja, oder hat es versucht, sagen wir mal so, aber der braucht ja für alles fünf Minuten, bis die Leute... Das ist das peinlichste, was ich je gesehen habe. Genau. Dass die sich wirklich über ihr Gewicht und über ihr Golf-Handicap... Ja, aber da kannst du mal sehen, auf welchem Level das da mittlerweile abgeht. Das ist einfach, und ich verfolge ja jeden Tag so die US-Presse, die werden den nicht auswechseln, den beiden. Da wird sozusagen sehenden Auges in die Katastrophe gerannt. Was ist denn, wenn der jetzt stirbt? Ja gut, dann müssen wir noch Kandidaten. Aha. Dann hätte ich mal einen Tipp an euch. Ja, genau. Lasst ihn einfach, der muss ja gar nicht in echt sterben, lasst ihn einfach virtuell sterben. Ja, aber wir sehen ja schon, wir sehen ja, dass der Trump den vollen Erfolg schon genießen kann vom Supreme Court. Der hat diese drei Richter eingesetzt und die bestimmen jetzt, was los ist. Ja, aber dann siehst du auch, was Amerika droht, ne? Ja, aber die, guck mal, die haben jetzt die Immunität erklärt, also die haben, die haben ihn nicht für immun erklärt, aber die haben ja das jetzt so gedeichselt, dass diese ganzen anderen Prozesse gegen Trump jetzt ruhen. Also es gibt jetzt keinen weiteren Prozess. Der wird jetzt verurteilt zu irgendeiner Bewährungsstrafe für dieses New Yorker-Ding mit der Stormy Daniels oder kriegt Geldstrafe plus Bewährung. Da tippe ich jetzt mal, dass das passieren wird. Und dann wird nichts mehr verhandelt bis zur Wahl. So, wenn der gewinnt, das Thema ja durch. So, und wenn er nicht gewinnt, gut, dann kommt es darauf an, was sie dann, ob sie diese anderen Fälle alle noch durchziehen mit ihm oder ihn einfach so in der Versenkung verschwinden lassen. Aber ich rechne fest damit, dass er gewinnt und alle sagen, er wird gewinnen. Also es ist jetzt die Frage, was soll denn der Kack? Was soll der Kack da in Amerika? Aber trotzdem ist es für die Amerikaner viel schlimmer als für uns. Ja, ist es. Auf jeden Fall. Amerika wird in den Bürgerkrieg geführt, wenn das nicht längst schon in dem Bürgerkrieg ist mit ihren Medikamentenabhängigkeiten und ihrem Schusswaffenmissbrauch. Aber der wird die Schwachen gegen die Starken ausspielen. Wenn der Präsident wird, ist Amerika geliefert. Ja, und aber für uns, wir müssen an uns denken, wir müssen denken, ja gut, der wird das machen. Im Zweifel macht er dann gar nichts mehr. Der macht dann, versucht den Handel mit Europa voll zugunsten der USA zu schiften. Der wird aber keine Kriege anfangen. Der wird versuchen, den Silinski und Putin runterzubrechen, dass sie dann in Krieg aufhören. Und so weiter. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, der wird Präsident. Und wie können wir das für uns nutzen? Nicht, oh, jetzt sind wir alle so traurig, sondern wir müssen einfach überlegen, wir wollen doch auch gewinnen. Wir wollen positiv darstellen. Wir werden vertreten von irgendwelchen Sparkassendirektoren. Diese Leute kriegen nicht mal einen Haushalt hin. Die können sich nicht mal, die wissen seit Januar, dass sie einen Haushalt im Juli machen müssen. Und sie kriegen es nicht in diesem Monat hin, weil sie alle in ihren Ministerien da stehen und sagen, nächstes Jahr ist eh vorbei, jetzt setzen wir uns noch einmal durch. Es ist Parteipolitik. Es geht ja überhaupt nicht um Deutschland. Es geht überhaupt niemanden mehr um Deutschland. Es geht nicht darum, dass hier ordentliche Politik gemacht wird, sondern es geht darum, dass die Parteien ihre strategischen Positionen behalten. Und das ist der Untergang. Für viele Parteien wird das der Untergang sein. Das ist der Untergang. So, und wenn man jetzt sieht in Frankreich, wenn, wenn, guck mal, wenn Macron jetzt ernst hat, ich meine, du hast ja genau gesagt, worauf der, worauf der gebaut hat. Hast du, hast du vor, bevor die Wahl jetzt war, hast du gesagt, der versucht jetzt schnell doch noch die Kontrolle sozusagen, dass er die Franzosen vor so eine Reißlinie stellt und sagt so, guck mal, was wollte er denn jetzt? So, und der hat gedacht, wenn er das schnell macht, dann kriegt die Le Pen nicht so viele Stimmen. Das hat er irgendwie gedacht. Jetzt war er selber überrascht. Er hat 32 oder 33 Prozent gekriegt. Ja, aber er war der Einzige, der überrascht war. Der Einzige Mensch auf diesem Erdball, der überrascht darüber war, dass dieses schwachsinnige Vorhaben nicht funktioniert. Genau, richtig. Weil die hatte ja gerade den riesen Rückenwind durch die EU-Wahl. Von daher hat sie gesagt, ja gut, jetzt brauche ich ja keinen Wahlkampf mehr zu machen. So, und so ist es auch gekommen. Aber jetzt ist wieder der Punkt, wo ich wieder darauf hinaus wollte, auch bei dem, was ich da aufgeschrieben habe, ist, dann kannst du nicht als Macron, der ja eigentlich eher so FDP ist, also so politisch steht der so irgendwie wie die FDP, dann kannst du jetzt nicht mit den extremen Linken eine Koalition machen, nur um die Macron zu verhindern, die Le Pen zu verhindern, sondern dann musst du sagen, ja, die Franzosen wollen die Le Pen. Das ist die Realität. Weil die Mehrheit, wenn du mal siehst, die einzelnen Wahlgebiete, kannst du in der FAZ heute, kannst du dir mal angucken, Frankreich, die in den Wahl, in individuellen Wahlgebieten, haben 85 Prozent der individuellen Wahlkreise, hat die Le Pen, stellt da jetzt die Bürgermeister, wie auch immer. Und das ist einfach ganz klar. Die Franzosen haben keine Lust mehr. Einziger, der Hauptpunkt ist Migration in Frankreich, weil da ist ja der noch schlimmer wie in Deutschland, weil das jahrzehntelang gewachsen ist. Und die Leute haben die Faxen dicke. So, und das muss man als Politik erkennen. Und das meinte ich ja auch mit Deutschland. Wenn die CDU wirklich Deutschland führen will, darauf läuft es ja hinaus im nächsten Jahr, dann müssen die aufhören, Scheiße zu labern, sondern tatsächlich ein ganz klares Konzept, nicht in Talkshows, sondern sagen, so wird das jetzt gehandelt. An der EU-Außengrenze, an der deutschen Grenze, an der Einreise von Leuten. Das wird so gehandelt. Wenn wir kommen, setzen wir das sofort durch. Und ab da herrscht sozusagen in der Migration folgendes sozusagen, folgende Regel. Folgendes wird gemacht. Leute werden straffällig, sie werden verhaftet und ausgewiesen. So, wenn das nicht gemacht wird, wenn sich die Zahlen nicht ändern, wir hatten wieder, was habe ich geschrieben, 130.000 wurden Asylanträge gestellt, dann kannst du nochmal 30.000, die einfach so da sind, draufrechnen, 160.000, 4.700 wurden abgeschoben. Wenn sich das nicht ändert, wirst du in Deutschland die AfD in sechs Jahren eine Regierung haben. Das sage ich dir. Das ist das einzige Thema, was am Schluss die Wahlentscheidung ist. Wir müssen nur wissen, was das heißt. Du und ich mit unserem großen Maul sind die Ersten ins Gefängnis wandern unter diesen Regierungen. Ja, aber wie sollen die das denn machen? Das ist so schlimm, die werden die Gesetze ändern. Das ist ganz einfach. Wenn jetzt die, wenn jetzt der, die, die Le Pen die absolute Mehrheit der Wahlkreise gewinnt, das wird so sein, hat sie die Regierungsmehrheit im Parlament, die kann dann in Frankreich nicht Europa betreffende Gesetze ändern. Die kann dann die Gesetze so ändern, wie sie das will. Da kann der Präsident gar nichts gegen machen. Ich denke, der Präsident in Frankreich hat viel mehr zu sagen. Ja, der hat viel mehr zu sagen, aber die Regierung hat ja trotzdem eine Eigendynamik. Aber du kannst nicht die Verfassung einfach ändern. Aber die Parlamente, die Parlamente haben aber ein Recht und wenn die absolute Mehrheit des Parlaments, also das ist ja kein Königreich, das ist ja eine Republik, die absolute Mehrheit des Parlaments Gesetze erlässt, dann muss der gute Gründe haben, dagegen zu verstoßen und dann bist du ganz schnell beim Bürgerkrieg. Ganz schnell werden die Leute auf die Straße gehen, denn das ist ja der Bürger, der diese absolute Mehrheit hergestellt hat. Das sind ja nicht die Linksliberalen in ihren Cafés, die da irgendwas zuzusagen haben, sondern dann hast du Gelbwesten, die mit Gummigeschossen auf Menschen schießen oder vielleicht sogar mit richtigen Waffen. Das kann er ja nicht. Macron führt sein Land, hat er ja selber gesagt, in einen Bürgerkrieg. Der Trump wird sein Land in einen Bürgerkrieg. Wir sind meilenweit davon weg, wir hier. Aber ich habe keine Lust, das auszuprobieren. Wir müssen diese destruktiven Kräfte in den Griff kriegen. Und dafür brauchen wir konstruktive Politiker, die haben wir leider nicht. Ja, aber jetzt lasse ich mich mal positiv argumentieren, was ich bei der AfD sehe. AfD sind die, die sich am stärksten für Israel einsetzen, von allen politischen Parteien. Null, also wenn die Juden hassen oder riesen Antisemiten sind, das sehe ich nicht bei der AfD, sondern die haben ganz klar gesagt, dass es, dass Leute, die Juden in Berlin umbringen wollen, Juden raus aus Deutschland, die AfD hat die stärkste, die stärkste Fraktion, also gegen diese ganzen Islamisten in Deutschland. Ja, das ist gegen Islamismus, aber nicht pro Israel. Ja, aber die sagen auch nur in den ganzen, in den Statements haben die immer gesagt, dass das nicht, dass sie komplett auf der Seite von Israel sind, auch gegen Palästina. Die israelische Regierung ist ein Verbrecherregime, damit das mit klargemacht werden kann. Und dafür sind die. Die AfD ist eine Putin-Partei. Die sind für Putin und werden von Putin bezahlt. Gut, jetzt geht es um Antisemitismus. Und du sagst jetzt, wenn du jetzt Zensur sprichst, wer stellt denn Strafanzeigen täglich? Die ganze scheiß Ampelregierung. Weißt du, wie viele Leute, die verklagen die Fäser, die Baerbock stellen jeden Tag Strafanzeigen gegen Leute, die im Internet sagen, die die beleidigen und so weiter. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Da haben die eigene Leute für abgestellt, die nichts anderes machen, als Maulkörbe verteilen. Moment, Moment, Moment. Also wenn wir Strafrecht haben und Beleidigung eine Straftat ist, dann musst du die ja auch ahnden. Du kannst es ja nicht laufen lassen und sagen, ja, na klar kannst du mich dreckige Scheißfotze nennen. Ja, aber ich bin ja nur Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Klar kannst du das. Keine Zeit, das überhaupt zu verfolgen. Ob welche Spinner im Internet sagen, Baerbock ist ein Arschloch. Kannst du doch nicht laufen lassen. Das kannst du doch nicht laufen lassen. Ja, aber früher, du musst doch dafür die Zeit haben. Du musst doch dafür die Zeit haben. Natürlich musst du das laufen lassen. Ich meine, klar, du hast da recht in dem Sinne. Es kann nicht sein, dass man solche, sagen wir mal, vollkommen unter der Gürtellinie Beleidigungen ausstellt. Dann Straftaten. Straftaten werden geahndet. Richtig so. Aber du musst, ja, aber es wird gezielt gemacht. Es werden gezielt versucht, Maulkörbe zu geben. Das ist eine Behauptung. In Deutschland, in Deutschland, nee, auch gegen verschiedene Webseiten, gegen den Reichelt wird ewig eingereicht, Straftanzeigen, Tim Kellner, alle Leute, die gegen die Regierung schießen, die ganze Zeit werden, werden politisch im Prinzip von der Ampel verfolgt. Was? Du bist auch bald dran. Ja, kann ja sein. Aber ich beleidige ja keinen, sondern ich schreibe einfach. Du beleidigst keinen. Ach so, ja, okay. Moment, sage ich, Baerbock ist, was weiß ich. Ja, aber sage ich das? Nein. Ich sage, pointe aus, sozusagen, die politischen Fehler, die die machen und dass ich die für schlecht halte. Was ist das Punkt? Ja. Ja, die Frage ist immer nur, welche Wortwahl man benutzt. Da bist du ja nicht simperlich. Nö, damals beim Erdogan war ich ja, musste ich ja auch bezahlen, leider. So, aber, die Sache ist einfach die, dass die Frage ist, ob man das sozusagen, einerseits sehen wir jetzt, was diese Ampel mit Deutschland veranstaltet hat und was das für Konsequenzen gehabt hat und andererseits werden eben die totalen Katastrophenszenarien an die Wand gemalt, wenn Trump gewählt wird oder wenn Le Pen gewählt wird oder wenn die AfD gewählt wird. Aber komischerweise, wenn die dann gewinnen wie Meloni in Italien oder Trump war ja in den USA an der Regierung, ja, ich meine, der große Skandal ist ausgeblieben, sagen wir es mal so. Naja, also die, die große Massenerschießung hat auch weder der Orban gemacht noch sonst irgendwas. Also, du hast ja radikale Regierungen schon woanders und selbst der Wilder, das muss man überlegen, jetzt in Holland, der hat sich darauf eingelassen, dass im Prinzip so ein Sozialdemokrat jetzt die Regierung führt. Also die Frage ist eben, ist es wirklich so, dass man das Schlimmste befürchten muss? Naja, sagen wir mal so, die Politik ist insgesamt nach rechts gerutscht und die Freiheiten werden geringer und die Liberalitäten innerhalb der einzelnen Länder werden geringer, das neue EU-Außengesetz, was ja verabschiedet ist, ist das Illiberalste, das wir je hatten. Also wenn, natürlich kann der Wilders sagen, ja, wenn der Sozialdemokrat meine Politik macht, dann muss ich ja gar nicht so viel arbeiten, das ist doch wunderbar. Also es ist schon so, dass von den bürgerlichen Freiheiten sehr viel eingeschränkter würde und wird, aber es stimmt auch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, das stimmt schon, die, die, durch die EU-Gesetzgebung ist ja ganz viel unmöglich erst einmal. Und natürlich kannst du, die Italienerin macht das ja deswegen so, weil ihr Land ja pleite ist. Und wenn sie von den, von den Töpfen der EU abgeschnitten wird, ist es vorbei. Dann kannst du auch als Rechtsradikaler ohne den Lira, den du nicht mehr ab- und aufwerten kannst, gar nichts machen. Von daher haben wir schon eine Systematik, die gut funktioniert. Was mich halt so traurig macht, Britannien haben wir schon ganz vergessen, die haben wir ganz abgeschrieben, die werden ja jetzt auch versenkt. Also musst du mal überlegen, England schafft es wirklich, aus dem größten Wahlsieg in seiner Geschichte nach dem Krieg, Boris Johnson, innerhalb von drei Jahren rausgeschmissen zu werden. Die Tories reden darüber, die Wahl werden sie kachelnd verlieren, die reden darüber, sich aufzulösen, wie damals die Demokratie der Christianer in Italien. Ja, als Partei zu verschwinden, weil sie so schlechte Politik gemacht haben, weil der Brexit von niemandem mehr thematisiert wird, weil er die Urmutter allen Untergangs ist, weil sie sich nicht integriert haben, aber gleichzeitig siehst du auch einen Halbaffen wie den Macron, der so eine Scheiße baut und damit die letzte starke Achse in Europa auch rausnimmt. Und damit sind wir wie so ein Kolbenfresser, wo irgendwie die Metallteile jetzt durch den Kolbenraum fliegen und jeder in Deckung geht, dass er nicht getroffen wird. Das ist Europa und das war mal eine andere Idee. Denk mal an den Schulz-Zug damals noch. Der wollte die Nationen abschaffen, was ich auch gerne machen würde. Aber wir gehen jetzt, habe ich ja auch geschrieben in diesem AfD-Artikel, die gründen jetzt Patrioten für Europa. Nationalisten. Der Orban. Der Orban überlegte das mal, da will ja die AfD hin, weil sie ja aus ihrer eigenen Idee rausgeflogen sind. Patrioten, also Nationalisten, die nur was für ihr eigenes Land tun wollen, sagen, sie würden sich vereinigen für Europa. Das ist Idiotie. Das ist so, das ist so wie, ja, nee, wirklich, das ist so wie, man kann das gar nicht sagen, ein Evangelium sagt, ich möchte gerne katholisch sein und deswegen werde ich Muslim. Du weißt, was das ist, dann ist so, die arbeiten so lange zusammen, bis sie Macht haben und dann hassen sie sich alle. Die hassen sich wie die Pest. Und sagen, ja gut, wir haben von Anfang an gesagt, es geht nur um unser Land, aber wir mussten zusammenarbeiten, um erstmal die Kontrolle zu erreichen. Und also da ist schon, die Politik ist schon mehr wie merkwürdig da. Ja, ja, aber die, wenn man, wenn man sozusagen die Gier sieht, alle wollen ihre Position und wollen Geld haben, das verbindet alle, das verbindet alle Parteien irgendwie, dass es für die alle um die, im Prinzip um die persönliche Absicherung geht, egal wer es ist. Und gleichzeitig, das ist eben, ich glaube, wir brauchen eine neue Partei. Verstehst du so? Weil, wenn wir beide jetzt hier reden, zum Beispiel, wir haben in 70 Prozent ungefähr an sich dieselbe Sicht, 30 Prozent eine andere Sicht. Aber wir beide fühlen uns bei keiner Partei zugehörig. Weißt du, die AfD hat, ist einfach katastrophal im Bereich Wirtschaftspolitik. EU, Euro, Abschaffung, das ist alles blanker Irrsinn für Deutschland. Das bringt überhaupt nichts. Ja, Sozialpolitik, sie haben eben von vielen Sachen auch überhaupt keine Ahnung, weil sie da haben. Gar keine. Sie haben überhaupt keine Sozialpolitik. Jetzt hast du aber alle anderen Parteien, wo wir mittlerweile wissen, dafür sind wir jetzt eben auch zu alt und zu lange wach, ja, zu lange sozusagen in diesem Politikbeobachtungsgeschäft, dass wir wissen, die anderen labern nur Scheiße, weil sie in Talkshows punkten wollen und am Schluss, was tatsächlich passiert, ist meistens noch nicht mal 10 Prozent, 20 Prozent von dem, was sie versprochen haben. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Das heißt, ich wüsste jetzt im Moment, überhaupt nicht, wen ich wählen will. So, und dann werden eben die gewählt am Schluss, die es am besten schaffen, genau wegen ein oder zwei verschiedenen Sachen, die Leute zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Das siehst du ja in Amerika auch. Und das ist einfach, das macht einen sehr betroffen im Hinblick auf, wie geht das jetzt weiter die nächsten 20, 30 Jahre, in welche Richtung läuft die Welt, weil die anderen Diktaturen und die BRIC-Staaten sozusagen und China sind natürlich da viel konsequenter aufgestellt. Die haben all diese Diskutierereien nicht, sondern die folgen einer Vision von einer Person blind hinterher, weil sie sonst erschossen werden oder im Straflager landen. Ja, so. Und die haben eine Vision. Wenn du siehst, wie gut hat, wie der Putin die Zeit genutzt hat während des Krieges, um quasi eine neue Achse zu schmieden, auch politisch, wo Südafrika dazu gehört, Brasilien dazu gehört, wo auch Links- und Rechtsparteien, also Länder, die eigentlich gar nicht irgendwie Diktaturen sind, auch stellenweise, die sich da mehr zugehörig fühlen. Das ist clever, was der Putin macht, das ist clever, was China macht und die sitzen da einfach am besseren Hebel. Wir verheddern uns in, was weiß ich, gewerkschaftlichen, internen Gesprächen und Parteiproports und Parteikämpfen. Das fand ich übrigens auch bei der AfD-Nummer erschütternd zu sehen, wie die Weidel und der Schupalla sich hassen. Wie die die ganze Zeit, seit drei, vier Jahren sitzen die in jeder Talkshow, umarmen sich fast, freuen sich, machen diese Pressekonferenzen zusammen. Dann kommt es zum Parteitag und du siehst, was die wirklich wollen. Der eine will den anderen killen. Das ist sichtbar gewesen. Und hinten drin der Höcke, der allein regieren will, der ist ja Faschist, also Wesen des Faschisten, alleine regieren zu wollen, der hasst alles, was ich ja geschrieben habe. Die Parteiführung ist eine lesbische im Ausland wohnende mit einer Asiante zusammen und der andere ist so ein Handmalermeister aus dem Osten. Das ist das, was Höcke, ein gebildeter Mann, wie er sich selber sieht, aus dem Westen, aus Bielefeld, der nur drauf wartet, ohne jeden Aufwand an die Macht zu kommen, was ihm übrigens niemals gelingen wird, weil er ist ein ganz dummes Schwein und ein ganz verweichlichter Affe. Wenn du dem abends in der Kneipe begegnest und sagst, pass mal auf Höcke, wir gehen mal raus, ich hau dir eine rein, fängt er an zu weinen. Absolut. Aber der würde seine SA-Jungs dann zu dir nach Hause schicken. Ich hasse den Höcke auch. Ein fürchterlicher Täter. Das ist ein schmieriger, so ein Schmiernippel und ich kann mit dem Höcke überhaupt nicht und ich kann mit diesem ganzen völkischen, heimatreligiösen, deutschen Runengekacke null. Ein Blödsinn. Liederhosen und Volksliedersingen ist nicht die Alternative zu Transvestiten, die in Grundschulen rauslaufen, sondern wir müssen irgendwo genau die Mitte finden. Wir haben doch die Mitte, wir haben das doch alles. Wir tun immer so, als wäre die Welt so furchtbar und schrecklich. Die stellt sich nur so furchtbar und schrecklich dar, weil diese Medien auch ihren Dienst überhaupt nicht leisten. Überhaupt nicht. Es wird entweder ESG-Gast. Die Medien haben immer nur über Verbrechen berichtet und berichten immer nur über Sensationen, Prominente oder Weltpolitik. Die ganzen Medien kein, was willst du den Medien sagen? Berichtet nur noch darüber, wie nachmittags irgendwelche Leute im Park spazieren gehen und fühlen sich wohl, dann hast du keine Einschaltquote. Auf jeden Fall brauchst du doch, die Medien können in the long run Druck auf die Mächtigen ausüben. Das ist nämlich die Aufgabe. Und das passiert ja nicht. Wenn du 7000 Stunden Talkshows hast, wo jeder sich präsentieren und positionieren kann und überhaupt nichts um Kritik geht, gar nichts, sondern immer nur so eine Scheinsachlichkeit, dann kannst du wieder diese Konstantin Kuhles überall rumsitzen. Diese Politiker, die nur dadurch leben, dass sie in Talkshows rumsitzen. Guck dir mal an bei Social Media, was Markus Söder postet. Der kann nicht arbeiten. Das stimmt. Das ist absolut unmöglich, dass der Mann arbeitet. Der wird von einem Volksfest zum anderen gelotst. Der ist den ganzen Tag nur am Fressen. Der ist übrigens auch zehn Kilo schwerer als letzte Woche noch. Der macht überhaupt nichts anderes mehr als nur noch Spökes, wie man im Rheinland sagt. Das hat überhaupt... Also alle Politiker haben ja anscheinend... Die haben alle Trikots und alle Karten für das Stadion. Die kommen zu jedem Spiel rein. Ich weiß nicht, wo die ihre Karten herkriegen. Ja, schon. Ja, so, ne? Arschkriecher vom DFB, ist doch klar. Ja, genau. Die kriegen die ganze Preis umsonst, während andere vier, fünfhundert Euro für eine kacke Spielkarte bezahlt. Und dann in Regenguss kommen in Dortmund. Da war eine Karte bis zu zwölftausend Euro. Die hat einfach nass geworden. Das fand ich aber geil, ganz ehrlich, dass da mal ein bisschen quasi eine Erfrischung kam. Ich hatte nur gedacht, scheiße, jetzt wird das Spiel gar nicht mehr fertig oder die müssen morgen früh weiterspielen. Aber ja, das ist eben... Wir leben tatsächlich in einem unlösbaren Konflikt. Es sei denn, du kriegst deine Version durch, die nicht passieren wird. Aber die Idee über eine Räterepublik, über Expertengremien, über tatsächlich Sachen auf den Grund gehen und dann zu Ergebnissen kommen. Die Idee wäre genau die richtige. Dafür müssten aber viele Egos zurück, viele Fakten auf den Tisch. Du musst auch die Demokratie zurückschneiden. Das, was wir Demokratie nennen, nach der Verfassung von 1949, die ist pervertiert durch die Parteien. Ja, denn der kleine Satz in der Verfassung heißt, die politischen Parteien nehmen an der Gestaltung der Gesellschaft teil und nicht sind die Gestaltung der Gesellschaft. Genau, jetzt sind sie es. Ja, und weil sie nichts anderes machen als intern das alles verteilen. Du hast keine Chance, es sei denn, irgendein Gemeinderat findet gar keinen, der antritt. Dann könnte es schon mal parteifreie sein. Aber jede einigermaßen lukrative, also jetzt nicht finanziell lukrative, sondern von der Gestaltung deines Umfeldes, dass jemand wie wir, wir wollen ja was tun. Du willst ja nicht nur rumsitzen und verwalten und auf Gesetze verweisen, ein Videoschiedsrichter im VAR, sondern du willst ja sagen, komm, driss, drub, weiter. Das kannst du ja heute in Deutschland gar nicht mehr, mit gar nichts. Keiner kann irgendwas entscheiden und dafür seinen Kopf hinhalten, weil die sagen, nee, das darfst du aber gar nicht. So geht das nicht. So geht Führung nicht. Du musst es dürfen und du musst dich auch trauen und dann musst du auch in Kauf nehmen, dass du deinen Hut nehmen musst, wenn du Scheiße gebaut hast. Alles nicht der Fall. Alles nicht der Fall. Alles nicht der Fall. Jens Spahn bestellt für Milliarden Masken, die gar nicht bestellt werden durften, schon gar nicht zu den Konditionen, die alle weggeschmissen worden sind, die nicht gebraucht wurden, hat drei Milliarden Schaden angerichtet und sitzt in Talkshows und erzählt über die Reduktion vom Bürgergeld. Ja, und sitzt in einer Villa in Dahlem für vier Millionen, wo du denkst, wie kann ein 40-Jähriger eigentlich so eine Villa bezahlen, der ja immer die Hälfte von mir verdient hat, der seit 22 Jahren im Bundestag sitzt, der noch nie irgendeinen einen Cent selber verdient hat, der sitzt dann da und erzählt mir, wie es Leben geht. Na, aber du weißt doch, wer es bezahlt hat. Der hat Kredite gekriegt, weil er im Aufsichtsrat von Volksbanken sitzt und die haben ihm dann Kredite gegeben, obwohl sie relativ risikoreich waren. Und das ergänzt sich natürlich auch zu, dass der Olarius jetzt freigesprochen wurde, ja, weil er einen hohen Blutdruck hat, der nachweislich bei Cum-Ex hunderte von Millionen Schaden verursacht hat und eigentlich natürlich ganz klar strafwürdig wäre, als großer Steuerhinterzieher. Ja, so, und dann wird gesagt, der ist, das ist ja der Punkt, wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich bin der Riesensteuerhinterzieher, ja, und stehe vor Gericht, dann würden die natürlich sagen, und mir geht es nicht gut. So, ja, also richtig schlecht. Dann würden die sagen, ja gut, der ist prozessunfähig, also soll er jetzt mal schuldig plädieren und dann geben wir eine Geldstraße. Ja. Ja, aber dass die den komplett haben, trotz absoluter erdrückendster Beweislage, freigesprochen und jetzt den Prozess geclosed, ist natürlich in dem Sinne auch, wir reden immer von dieser Korruption, Supreme Court in den USA und so, aber wir haben in Deutschland auch extremste, indirekte Beeinflussung der großen sozusagen Verfassungsschutz, BKA, BND, Gerichte, Staatsanwaltschaften. Da ist schon viel Parteidruck drin. Es ist ein systemischer Fehler unseres Rechtsstaats, dass Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind an die Justizministerien. Genau. So, die Justizministerien werden von Parteien. Ja, genau. Ja, und das geht natürlich gerade bei, die müssten nicht weisungsgebunden oder müssten quasi frei sein zu handeln, wenn es jetzt um konkrete, zum Beispiel Politiker gibt, die beschuldigt werden, ja, oder Leute, die direkt mit Politikern arbeiten. Die kannst du ja dann nicht sagen, na gut, lieber Justizminister, soll ich jetzt deinen eigenen Finanzminister verhaften? Der Staatsanwalt ist ein Diener des Staates, der ist verbeamtet und der ist ja nicht wie in Amerika, werden die ja gewählt. Die treten ja, Staatsanwälte treten ja an wie Politiker. Und Richter auch in den USA. Ja, genau. Und auf der Ebene, auf den unteren Ebenen, auf Orts- und County-Ebene ist Amerika auch viel demokratischer als wir. Wir sind ja ganz anders. Amerika ist nur in der Politik nicht demokratisch. Da verläuft sich das in irgendwelche 18. Jahrhundert-Arithmetiken. Aber bei uns ist eben das Problem, dass die Politik so stark Einfluss nehmen kann auf die Gerichtsbarkeit seitens der Staatsanwaltschaft. Nur der Richter ist unabhängig, aber der Staatsanwalt ist weisungsgebunden an die Politik. Ja. Dann ist es eine Frage des Anstands des Politikers, ob er sich einmischt oder nicht. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Ja, also meines Erachtens ein Desaster, ja. Du verschattest im Gesicht. Was ist los? Ja, ich bin, weil ich mich hier anders setze. Manchmal wird es mir zu unbekommen. Aber ich wollte noch hier, was hatte ich denn eben hier in der, da war also Frankreich, Supreme Court, da waren irgendwelche Sachen, unser Dings mit Polen, dann Holland. Nee, nee, da sind wir durch die Themen quasi durchgegangen. Äh, aber, ähm, es ist einfach so, ach, so, da wollte ich sagen, wir waren vom Olarius zurück. Da war ein Ding, was ich vorher hatte ich im Kopf, wollte ich unbedingt sagen. Und, äh, es fällt mir jetzt leider nicht ein. So. Ja. Steve Bannon ist in Haft. Ja, genau, der, der hat sich mal schön, äh, in Haft begeben für die paar Monate, dann wird er entweder beginnert, dann wird er gar nicht beginnert, nicht zu werden, weil er in vier Monaten wieder frei ist, oder in drei Monaten. Äh, der Bannon ist eben auch ein ganz, ähm, sehr intelligenter Typ, der aber natürlich absoluter Faschist ist. Ne? Also, das ist so, diese Hardliner-Typen, die eigentlich, äh, eine ganz andere Republik in Amerika wollen. Ne, vielleicht hat der ja sein Comeback, wenn jetzt Trump gewählt wird. Ja, der hat sich ja mit dem überworfen damals, ne? Das ist Trump ja egal, das macht er ja, wie er will. Ja, das, das, äh, kann auch gut sein. Also, aber zu guter Letzt ist es so, ähm, wir werden vor sehr unruhigen Zeiten stehen und wir haben es uns zum Großteil eben selber zuzuschreien. So sehe ich. Ich kann nichts dafür, ich habe nichts gemacht. Ja, und, äh, war ein anständiger Bürger, habe sehr viel Steuern bezahlt, habe immer meine Meinung gesagt, habe mich für die, äh, für die etablierten Parteien eingesetzt, wechselweise, aber immer seitlich links, ich habe die richtige Einstellung, ich rede ein bisschen zu geschwollen daher, ich bin Bayer-Leverkusen-Fan, ich wüsste jetzt nicht, was ich so viel falsch gemacht habe. Nö, das stimmt, wir können uns das sicherlich nicht vorwerfen, auch nicht vorwerfen, dass man sich nicht selber versucht hat, positiv, äh, einzubringen, ja, aber, äh, die Sache, wo ich ja bei Trump als einziger, also der einzige Punkt, den ich gut finde, ist, ich glaube, er wird tatsächlich über unsere Köpfe hinweg diesen Ukraine-Krieg beenden und das alleine ist an sich für uns schon sehr positiv, ja, so, weil wir werden es nicht packen, wir werden einfach weitermachen und, äh, die Ukrainer werden einfach weitermachen und es wird so ein Pizzles-Krieg werden, der einfach so sich jetzt jahrelang hinzieht. Wir können jetzt nicht unbedingt sagen, du musst jetzt folgendes überlegen, also ich habe mir das extra nochmal angeguckt jetzt auch, die derzeitige sozusagen, was da eigentlich abgeht in dem Krieg, da sind heftige Gefechte, aber sozusagen, das wäre, wenn wir in Deutschland heftige Gefechte im Saarland hätten, mehr nicht. Das ist also jetzt der Ukraine-Krieg, sonst passiert da nichts. Wäre auch mal eine schöne Idee, oder? Was? Dass wir einfach im Saarland mal gegen Frankreich Militär einsetzen. Ja, so, ja, oder man hat da jetzt, also, aber da ist wirklich die Hölle los, so, und deshalb hat natürlich auch da der Dobrindt vollkommen recht, wenn er sagt, die Leute, die Männer müssen zurück oder die Leute können eigentlich zurück, die jetzt hier nicht arbeiten, können zurück in die Ukraine. Das ist auch so eine Sache, die wird dann tot geredet und die Sache wird ad acta gelegt, anstatt das positiv zu gestalten. Man muss das ja nicht als Drohung machen, sondern man muss einfach sagen, guck mal hier, ihr könnt hier bleiben und arbeiten, wir brauchen ja Arbeitsplätze und die integrieren sich ja schnell und so weiter. So, das heißt, ihr habt jetzt sechs Monate und dann habt ihr einen Arbeitsplatz, weil von uns kriegt ihr dann nichts mehr. Das heißt, Aber bist du sicher, dass nicht die deutschen Behörden dagegen sind, dass eben so viele Anforderungen gestellt werden, dass diese Vermittlung gar nicht so ohne weiteres geht? Das ist es ja. Ich glaube, unsere Bürokratie macht das alles kaputt. Das gleichzeitig ist natürlich, wenn du die Geldzahlung dann nicht stoppst oder jetzt so im Horizont sagst, in sechs Monaten Schluss, gibt es natürlich auch keinen Druck für die, dass die denken, na gut, warum soll ich denn arbeiten gehen? Ich kriege mein Geld auch so weiter. Dann sage ich einfach, ich habe keinen adäquaten Job gefunden. Das muss alles Hand in Hand gehen. Es muss sagen, Zucker, Brot und Peitsche ist immer das, was am besten funktioniert. Du hast sozusagen, wir nehmen euch auf, ihr könnt hierbleiben, gar kein Problem, aber ihr müsst dann auch arbeiten. Insgesamt, wenn ihr hier ankommt, ein Jahr Zeit, dann kommt vom Staat keine Leistung mehr. So, und das wäre fair. Das wäre übrigens auch fair, das finde ich ja auch. Alle bestehenden Parteien und der Beamtenapparat hat es komplett in der Hand, radikale Parteien klein zu halten. Aber du musst natürlich auch irgendwo liefern. Du kannst nicht konstant die Faktenlage quasi das Gegenteil von dem lassen, was du die ganze Zeit versprichst. Du kannst nicht sagen, es ist schon viel besser geworden, aber die Zahlen sind eben nicht besser geworden. Wenn du jetzt hochrechnest, wenn wir jetzt hier 140.000 neue Leute gekriegt haben, das war nur bis Ende Mai, dann landen wir natürlich am Schluss des Jahres wieder bei 300.000. Und wenn gleichzeitig die Fäser, weil sie weiß, die Leute kontrollieren solche Zahlen nicht, wird dann gesagt, das läuft doch schon besser und die Abschiebungen laufen besser. Nee, tun sie das in Wirklichkeit nicht. So, und das ist der Punkt, wo man einfach dann drüber nachgehen muss und muss sich ganz in Ruhe hinsetzen und überlegen, so, wie kann man das denn wirklich regeln? Wie kann man denn... Also laut Wirtschaftsinstituten brauchen wir eine Nettozuwanderung von 400.000 Leute. Das Problem ist, dass nicht die Richtigen kommen und der Bedarf auch nicht richtig über diese Handelskammern eruiert werden kann, weil das eben ein Faktor der freien Wirtschaft ist. Wir haben in Zukunft zu wenig Arbeitsplätze, um den Wohlstand zu erhalten, der ja über Arbeit entwickelt wird. Der wird ja nicht entwickelt, weil Konzerne in der ganzen Welt möglichst viel Kostenersparnisse machen, sondern das wird ja von Hände oder Köpfe Arbeit erstellt. So, und davon haben wir zu wenig, weil wir zu viele alte Leute haben, die in Rente gehen und weil wir zu wenig Kinder gezeugt haben. Und die müssen wir irgendwie auffüllen und da kann es durchaus sein, dass in der Zuwanderung von 300.000 auch noch zu wenig ist. Nur, die Art und Weise des Zuflusses ist falsch. Auf der anderen Seite, ich kann ja immer wieder nur mit den Beispielen kommen, ich will es auch nicht verengen auf den einen. Die Leute, die ich kennengelernt habe über den Zuzug über Asylbewerberstatus, arbeiten jetzt alle. Die sind alle aus dem Ding raus. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch ein Gesetz, das dir sagt, dass du eingebürgert werden kannst als Deutscher. Nach fünf Jahren. Wogegen auch die CDU wieder heftigst opponiert hat, als wäre irgendwie so der deutsche Pass irgendwie so ein goldenes Buch oder das ist das Höchste, was man erlangen kann. Ich frage mich, welchen Nachteil habe ich eigentlich, wenn mein Nachbar Deutscher wird, obwohl er vorher Holländer war? Ich habe doch gar keinen Nachteil dadurch. Warum soll der nicht jemand möglichst schnell, der sich qualifiziert hat, dafür gibt es ja Kriterien, warum soll der nicht Deutscher, wenn ist Deutscher irgendwie so ein Adelstitel oder sowas? Ja, genau. So tragen wir es nämlich in unserem Herzen. Und in unserem Herzen herrscht auf Seiten der konservativen Missgunst. Das ist Misskunft und Misstrauen und das sollten wir als Volkskörper mal verlieren. Wir sollten mal dieses neidische, Missgünstige, dieses nach rechts und links schauen und du kennst ja dieses alte Beispiel, da haben sie einem vorgeschlagen in so einer Studie, das ist schon Ende der 60er gewesen, des letzten Jahrhunderts in Amerika. Was würdest du tun? Du bekommst 500 Euro mehr Gehalt, Dollar mehr Gehalt, aber dein Kollege bekommt 1000 oder ihr bekommt beide nichts. In der Studie? Ich bin nicht. Ja, genau. Genau, das ist rausgekommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist idiotisch. Es war aber nur so, wenn du in Zeiten, wo du jeden Tag in den Medien hattest, Messeattentat Mannheim etc., etc., da gleichzeitig. Ist aber immer das gleiche Messeattentat. Ist nicht jeden Tag ein neues Messeattentat. Das sind katastrophale Fälle und das ist tragisch und grauenerregend und da muss das Strafrecht und die müssen ins Gefängnis. Das haben wir ja alles. Nur, ich hatte das letztens, da war irgendwo in Sachsen ein Mensch zu Tode gekommen und es wird jetzt immer gesagt, die Muslime müssen sich äußern zu diesen Messeattentaten. Da war es aber ein deutscher Christ, der ein Verbrechen begonnen hat. Da habe ich dann meiner Frau gesagt, soll ich mich jetzt rechtfertigen in der Öffentlichkeit? Soll ich einen offenen Brief an Olaf Scholz? Ich schäme mich als Christ, als christlich Glaubender oder im Christentum groß gewordener Mensch für das Attentat. Das wird übrigens dann auch, wenn ein Deutscher irgendein Mädchen umbringt, dann wird das nicht Attentat genannt. Ja? Dann ist das der Fall, der Fall, nee, das ist dann der Fall Julia. Da muss man auch mal drauf achten. Ja? Und wenn, wenn sowas Katastrophales passiert wie mit diesem Afghanen, dann sind das immer unglaublich in die Breite getretene Geschichten. Das ist auch wahr. Man muss zweisam von dem unterscheiden. Die Krimine, die normale Kriminalität, weil Leute straffällig werden, also Mörder gibt es in wahrscheinlich mehr Deutsche als Ausländer in Deutschland, also Mörder. So, aber die politisch motivierte islamistische Dinge wie jetzt Mannheim oder Breitscheidplatz, das sind richtige terroristische Attacken, das war ja ein Auftakt, den er gemacht hat auf Anweisung seiner Salafistenfreunde. Ja? Und das ist die eine Sache und dann gibt es die andere Sache, die die öffentliche Sicherheit betrifft, ist, dass du zu viele Leute hast, junge Migranten, Afghans in Syrien und so weiter, die eben auch, weil sie nicht arbeiten, sich kriminalisieren. Und dann hängen die rum und dann fangen die Schlägereien an, dann haben sie ein Messer dabei, dann hast du wieder Messerstecherin, dann bedrohen sie Leute oder bulligen Leute und sagen, gib mir dein Geld. das hat sich einfach gravierend. Die arbeiten nicht, weil sie nicht arbeiten dürfen. Der deutsche Staat hat Gesetze gemacht, die die an dem Arbeiten hindern. So, wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir uns ändern und nicht die. Jeder von uns, jeder von uns würde, würde aggressiv und kriminell werden, wenn er eingefärscht würde und, und nur auf sich selber zurückgeworfen ist. So, aber das sagen, das sagen wir, das sagen andere seit ein, zwei, drei Jahren, das sagen Experten. Warum ist das noch nicht durch den Bundestag her? Ja, weil die, jetzt muss ich mal eine Terminologie der Rechten nehmen, weil die Gutmenschen nicht daran glauben, dass die Welt so ist, wie sie ist. Genau. Das sind doch die Grünen, die das blockieren. Das sind die, die das ganz konkret blockieren, die nämlich zu doof sind zu begreifen, dass es positiv ist für Integration, wenn Leute arbeiten. Ja. Dass es positiv ist, wenn sie mit anderen Kulturen und mit anderen Sachen sozusagen beschäftigt werden und wegkommen von dieser sinnlos Rumsitzerei. Jetzt sage ich mal was ganz Hämisches, wenn du aber wie die Grünen nicht weißt, welchen Wert Arbeit hat, dann fällt dir das nicht ein. Das stimmt. Das ist ein gutes Schlusswort für heute. Ich muss ein Auto abholen, das war beim TÜV diesmal das Auto meiner Frau. Der weiße Mercedes E-Klasse. Richtig. Und der ist durchgekommen, im Gegensatz zu meinem Turan, der ja leider durchgefallen ist. Echt? Ja, ja. Und zwar, weil der hintere rechte Anschnallgurt war kaputt. Und das reicht, damit man durch den TÜV durchfällt. Und das hat mich 240 Euro gekostet. Das Plastikding, was da im Sitz drin ist, das war halb gebrochen. So. Das auszuwechseln, kostet 240 Euro. Weil du nämlich den ganzen Sitz dafür ausbauen musst, weil das von unten durchkommt. Das war eine einzige Kacke. Und dann musste ich noch mal durch den TÜV. Also eine bodenlose Frechheit. So, heute die letzten zwei Achtelfinale, die müssen wir noch hinter uns bringen. Österreich, ich sage Österreich, gewinnt und Holland. Und dann am Freitag wird es bitter ernst. Um 18 Uhr. Vielleicht ist um 20 Uhr am Freitagabend sind schon alle Kneipen leer in Deutschland. Und es herrscht so, vergiss die Scheiß, EM, die ist der letzte. Die AfD hat ja über ihre Spitzenvertreter bekundet, dass sie nicht mehr mit Deutschland mitfiebern. Das fand ich auch absolut lächerlich. Eine Unverschämtheit. Was soll der Scheiß? Also das ist ganz, da muss ich sagen, da hast du vollkommen recht. An solchen Aussagen, wo der Höcke gesagt hat, ich gucke schon seit 2014 keinen Fußball mehr. Warum? Weil ein Özil auch geholfen hat, dass wir Weltmeister werden. Dass ein Gündogan geholfen hat. Also Rüdiger, wie auch immer. Das finde ich eine Unverschämtheit. Leute, das ist asozial und das ist rassistisch und das ist wirklich, das kannst du nicht anders nennen, das ist total idiotisch. Und ich glaube, dass da 99 Prozent der deutschen Bevölkerung wird diese Aussage von Höck und Co. komplett ablehnt. Yeah. So sieht es aus. Also, bis dahin, nee, warte mal hier. Also, tschööööööö. Vielen Dank.